Hier kommt aber trotzdem für mich eine Geheimtür hin. Jetzt schnapp ich mir nochmal den Ritter. Geh mal kurz da drüben die Wachen töten. Geh mal kurz! So, die Ems können von mir aus die drei, die da drin sind, das klingt einheben. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Hm, müssen sie auch nicht unbedingt. Obwohl doch. Haben wir wieder was zum Einkerkern. Gibt's hier noch Gold oder was ist das? Euer Casino ist zu klein. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Ist mir egal, ob das Casino zu klein ist im Augenblick. So, zwei von denen Okay, sie laufen auch innerhalb rum. Graben kann ich nicht. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Kann ich euch opfern? Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Sehr schön. Äh, wie mache ich das mit dem letzten Heldentor? Erstmal noch mal speichern. Spiel gespeichert. 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 Eure Geschöpfe sind beeindruckt von eurer Arbeit. So. Das sollte dann erst einmal reichen. Oh, die kann ich wahrscheinlich kaum benutzen hier drin. Schlag für mich mal das Tor ein, sofern das möglich ist. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Casino. Das hier wird echt Ein schwierigeres Unterfangen. Ist jetzt da ein Impffest? Ja, was ist denn im Fest? Ich denke mal, ich kann das Stufe erhöhen. Mal auf alle meine Geschöpfe sprechen. Okay, da ist Prinz Nummer 2. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Eurer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Das ist ein bisschen blöd, wenn man selber blinkt und die gleich so blinkt wie die Gegner. Dann kann man irgendwie nicht richtig sehen, wo sie sind. Aber im Augenblick ist zum Glück keiner in meiner Nähe. Aber jetzt kommt da einer. Jetzt nur noch hier eine Geheimtüre hin. Die ich am besten, am liebsten mal vorbauen würde. Kann die aber leider nicht. Euer Zauberspruch Gehirnwäsche wurde verbessert. Euer Casino ist zu klein. Das ist mir egal, der läuft meistens hier in der Mitte durch. Dieser eine Prinz Felix. Der eine läuft da entlang und der dritte, der läuft immer hier hin und her. Da können wir ja mal ein Impfschnappen, der mir hier das Gebiet kurz besetzt. Bis zur Türe. Der Prinz geht weg. muss ich die hier ausschalten. Muss ich die hier ausschalten? Jetzt muss ich nur noch ein Auge auf die Prinzen haben. Euer Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Das ist auch gut. Euer Zauberspruch, Gold erschaffen, wurde verbessert. Na, jetzt kann ich zur Not etwas Kräuter schaffen. Und ich sollte schon mal die geheim... Naja, okay, ich kann sie ja... Ah, ich sollte ein Auge auf den Imp halten. Und der läuft auch immer noch da unten lang. Ja, so ist gut. Puh, das war jetzt knapp. Geheimtüren bauen, bitte. Euer Zauberspruch, Inferno, wurde verbessert. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Also, drei Heldenausgänge habe ich schon mal verriegelt. Jetzt muss ich nur anfangen, ein bisschen das Land hier in Besitz zu nehmen. Äh, nein, nicht drauf einhauen, sondern Land in Besitz nehmen. Ja, bitte. Äh, nein. sólo standen! Ist immer wieder geht! ...einnergußen natürlich... ...einnergußen. Jetzt bediene ich mich noch eines kleinen Tricks Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut Sehr gut Und zu Er hat einer von euch den Prinzen? Ja, einer von euch hat den Prinzen Nein, dich will ich nicht Prinz Nummero Uno haben wir schon mal Svaltoria Eure Geschöpfe Wir kommen nicht zum Casino 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 Imboych Das wurde Ozust nog Vielen Dank.